Der ist so weit rausgekommen. Dalu wirbelt noch ein bisschen Schild auf. Moin Moin, ein Schnittchen und herzlich willkommen zur Formel 1 Miniseason. Mit Sebastian, Christian, Peter und den Gästen dieser Miniseason, Dalu und Darosch. Jay scheint sich gerade sehr zu konzentrieren. Ja, Jay will halt direkt gewinnen, weißt du? Ja, macht Let's Play und rede nicht. Und hier fahren wir jetzt in die Kurve. Hallo? Da haben wir noch, Mensch, da haben wir noch. Ich hab das Gefühl, dass das Mikrofon super leise eingestellt ist in dem Spiel. Ja, warte mal. Boxenstopp! Oh Gott! Ich bin durch. Also, erklären. Äh, Peter hat das ja nicht hingekriegt. Wer ist da so schlecht für. Ja, Peter ist übrigens auch muted, richtig. Peter? Hallo, hört ihr mich? Wieso muted? Wie muted ihr euch dann immer alle? Ich hab mich nicht gemutet. Mein Freund ist gerade wieder gekommen und hat mir nen Donut mitgebracht. Den haben wir noch kurz geholt, ja? Also, hast du halt gemutet. Ein Donut! Ne, ich war nicht gemutet. Ich bin einfach aus dem Zoo gegangen. Ach so! Geil, Peter! Dankeschön! Ja, warte. Ich bin in die Box gefahren, alles ist gut. Ja, ist doch super. Aber ich dachte nur so, oh scheiße, jetzt ist es halt bei Peter auch mit dem Mikro, da müssen wir wieder... Oh, ich war mir einen Donut holen. Ja. Also, bevor du jetzt gleich direkt X drückst und weitermachst und so weiter, kannst du jetzt gleich hier die Reifen einstellen. Oh, ich glaub ich hab abgewürgt. Alter, Stroll, was geht'n da ab? Irgendeiner zieht an den Kopf. Also, LeClaire ist 10 Cent schneller. Die NPCs haben ja den Hammer statt. Oh, yo! Oh, ich wurde schon toll gedreht. Ich hab dich leicht berührt. Sorry, Dalu. Und mein Reifen und alles im Arsch. Ich hab dich ganz, ganz doll leicht berührt. Also, bei mir ist nicht mehr was passiert. Ganz, ganz toll leicht. Hä? Ich weiß nicht, ob das davon kommt. Mein Flügel vorne ist gelb. Soll ich ihn bekommen? Der war neben mir und war nicht fett. Und ich hab angeblich viel Kondition mit dem verursacht. Alles klar. Aber die Reifen sind immer nicht wirklich warm. Norris hat auf jeden Fall Bock. Komm, jetzt ist er rot. Vielleicht sollte ich jetzt reingehen. Ja, bei rot vielleicht schon, ja. Verwarnung mit Fettel verursacht, das ist doch voll die Lüge. Ja, hab ich auch. Und neben mir war Verstappen. Oh, oh. Alles klar. Nein, was? What the fuck? Okay, danke, Seb. Seb hat mir gerade zwei Plätze geschaffen. Tut mir leid, Jay. Nice. Oh, Verstappen, Baby. Ich bin dir am Arsch. Mixchen. Kann man? Ich werde dich härter schlagen als dein Vater. Wow. Meinst du, da hätte er Jungs gemacht? Er ist Franzose, dann wirst du wahrscheinlich noch Richter. Kevin, mach Platz für dein Teammate. Shit, Verstappen hat mich wieder... Ey, Verstappen, du Sau! Oh, oh. Hat er gehört. Ja, jetzt bin ich. Ach, das ist... Jetzt fährt der hier, kommst du ja nicht. Oh, nee! Oh, Raiköhn hat Peter aus. Raiköhn, nice! Good job, Raiköhn! Was ist denn da los? Ich hab nen Tag. Ja, du bist auf links rüber gefahren, Raiköhn mal neben dir. Ja, bin ich nix rüber gefahren? Ich dachte nicht, aber ich hab grad nach hinten geguckt in dem Moment. Also vielleicht hab ich dann echt verkackt. Nein, 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 nein! Alter, das war ein J-Drift. Holy shit. Wow! Ich hab gerade erkannt... ...kamera auffahren. Iroh witzig! Nein! Doch! Nein! Ich hab grad durch den Tunnel gefahren. Peres, bremst mich halt hier hart aus. Ja, was soll ich machen? Weg ran. Ja, aber das ist halt wie immer, ne? Also an manchen Stellen sind die wirklich super langsam, dafür sind die an anderen Stellen doch recht flott unterwegs. So, Peres jetzt erstmal... Aber dann auch immer an der gleichen Stelle alle. Ja, Peres... Peres ist fast dran, ey. Peres, es tut mir ein bisschen leid, ja. Weg ran. Aber wenn ich hören will, muss ich es fühlen. Oh shit! Ich hab zu viel gewollt. Tolle Fett noch. Dados, wie machen wir beide das gleich? Ich glaub, ich hab's... Ja, dankeschön. Ja, kein Problem. So viel Platz hätte ich nicht gehabt. Ja, ja, die Team-Anweisung. Ey, ich wollt grad wegen dem Benzin-Scheiß. Bleib Dalu Pass for the Championship. Char ist halt hier der Trennen gewonnen. Stark. Ja, kein Mercedes. Ja, stimmt. Schämt euch. Oh! Ritter! Ritter! That's it. Alter, was? Was? Oh shit. Hört ihr meinen Controller eigentlich? Ja, ein bisschen. Aber das scheint wohl der Neueste auch zu sein. Controller nennt man das. Ich hab nur deine Gelenke gehört. Hahahaha! Ja, okay. Kann sogar sein. Ja, ich hab wieder... ...Killstart quasi. Alter, haut der... Haut der an mir vorbei. Dankeschön für das Tapo. Oh, was? Alter, what the fuck? Ich wurde auch eigentlich schon gelaufen. Auf jeden Fall konnte ich nicht richtig bremsen. Kollision mit dadurch verursacht. OJ, das sind drei Leute, die jetzt... Ey, ich seh das. Oh Gott, oh Gott, Alter, ich hab Angst vor dieser Kurve. Nice, Magnussen. Oh Mann, das fliegt mich doch nicht so wenig. Oh nein, ey, ich hab... Überholt in der Urusche. Da kam Magnussen von hinten und hat mich halt überholt, hat mich dabei weggel... Oh shit. Und in der Urusche dann halt nen Abgang, da hab ich mich gedreht und dann... Ja, das ist schwer auf der Strecke. Er hat sich viel auf die Strecke gestellt und deswegen bin ich in ihn reingefahren. Ja. Und in der Urusche dann halt nen Abgang, da hab ich mich gedreht und dann... Wer bremst dir hin? Wer bremst dir hin? Verliert ist hier die Devise. Wendel ist hinter mir. Wendel ist hinter mir. Wendel ist hinter mir. Altklar, tot. Was ist passiert? Ja. War echt's? Fuck, ja. Ja, weiße Reifen, Urusche. Was? Genau. Das ist mir auch schon passiert. Ja. Ich bin einfach rechst. Ja du Mensch, hey. Willkommen im Club. Ich hab's selbst so gesehen, dachte ich mir, ey, gib voll Gas. Hey. Ja auch, ja. Zwei Runden gefahren. Was? Ja. Ja, siehst du, ich hab's für Action gesorgt, Peter. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, oh, Jay. Oh, what. Oh, oh, Jay. Das war gar nicht gut. Da ist doch nur, was neben mir fährt. Oh, da ist er. Da ist rot. Und der ist jetzt in. Oh, 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 oh Ich habe gerade echt gedacht, ich schieße jetzt schnell raus. Nee, der hat sich selber schon rausgeschossen. Jetzt hast du den Klerk hinter dir. Aber den gibst du nicht her. Sehr gut. Alter, was ein Drama, ey. Alter, wirklich. Meine Fresse. Holy shit. Du. Nein. Nee, der hat aufgegeben, warte, warte, warte. Habe ich zu spät gemerkt, wollte noch in die Box ziehen und bin dann leider noch ganz leicht mit meinem Vorderreifen gegen die Wand gekommen. Alter. Was war das denn? Du stehst auf der Ideallinie, Quade, auf dem Gras. Also, ich bin stand komplett auf dem Gras. Ich stand neben der Strecke. Ja, aber du standst halt genau neben dem Ideallinie. Du standst halt gar nicht, wo du eine Ideallinie bist. Ich stand komplett im Gras. Der hat halt, wie gesagt, die Kale vor sich. Der ist aber nicht die richtige Strecke. Oh, leih. Hab ich mich erschrocken. Er hatte ganz kurz Angst, dass... Fünf Bloodscripts-Strafen für Greffe Dalu. Damit sind alle durch. Oh, nicht viel schneller. Reicht nicht. Fünfter. Jawohl, Alter. Sepp hat... Der Nix-Fünfter, Sepp. War Jens. Schwunges Zehnter. Ey, du hast fünf Positionen Strafe gekriegt, weil Jay hier reingeballert ist. Ja, weil Jay dich gerammt hat. Alter, wenn's hier... Jawohl, tschüss, Bette. Ich komm halt auch wieder gar nicht los. Wie immer. Oh, das wird gleich... Alle werden crashen. Komm schon. Was ist denn hier los? Ne Claire, nicht in. Mach mal. Nicht. Alter, Kian ist ja richtig schnell. Was fährt denn der für eine Karre? Boah, ich lass einfach Abstand. Ja, ich wusste, dass sowas passiert. Ich lass auch einfach Abstand. Ich hab keinen Bock auf von Kugel. Wenn ich hier nicht um die Kurve komme, dann ist halt echt ein Witz. Ich glaube, der Setup ist scheiße. Ich weiß, ich klinge wie Sepp in der letzten Season, aber... Aber das ist halt wirklich so. Also, wenn der Setup einfach nicht stimmt, dann kannst du noch so toll fahren. Ach, komm, what the fuck is happening? Ich überleg's. Du musst hier nicht verteidigen. Alter. Richtig schön beim Beschleunigen. Gerade haben sich... Ja, Norris und Seitz haben sich gerade gegenseitig gefickt und ich hab damit gespielt. Jetzt reinstechen. Oh Gott. Hör auf, wir zu verleiten! Boah, Jay, dadurch haben die aber ganz schön hart gebremst. Christian, hör auf, ihr Quatsch zu erzählen! Das hat er mich toll! Oh! So in range. So nicht. Oh, nee. Achtung, Achtung! Das virtuelle Safety Car ist Fahrrad. Das war wohl ich. Oh, leu! Ich fang an die Box. Nice. Okay, ESGF, bloß mit dem Schneiden der Kurven auf. Hey, leider nicht. Die Rennleiter war eine Strafe. Guck mal, doch mal in fünfmal deinen zwei. Ja, aber dann sind trotzdem immer noch 20 Sekunden. Letzte Rennrunde! Jawoll! Wo geht's? Okay, Z. Was, der fuck, und dann zählt die schnellste Runde? Hey? Ja, scheinbar. Was soll ich sagen? Wenn das Spiel das nimmt. Ich wusste das ja auch nicht. Das mache ich ja nicht absichtlich. Also, du bist eiskalt da geradeaus gefahren. Ey, ich bin eiskalt, habe ich mich verbremst. Ganz letzte Kurve, Christian. Nee. Da fliege ich nur weg. Da war ich zumal... Also, da war der zumal... Still Podium. Genau. Habe ich mir den mir auch gedacht. Achso, ich hatte verstanden, du bist da komplett geradeaus gefahren. Ja genau. Ja, genau. Da will ja eine 1,20 fahren. Ja, ich weiß es ja nicht. Huuuuhh! Neneneneneneeneeneeneeneeneene- Nicht kaputt geht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wie das aussah. Oh, da haben sich noch zwei NPCs zwischen Jay und mir gemodelt. Sogar krass. Da kommen also noch mehr, ne? Wofür Jay lang? Was macht Jay da? Er versucht, ihn vorzufahren. Mit einem 7-Sekunden-Rückstand. Hat nicht funktioniert. Oh mein Gott, jetzt steht mein... Alter! Yo, Jay, nice! Du bist nicht durchsichtig. Da kann ich nichts für! Ich hab nicht mehr gesteuert! Am Start sind irgendwie alle schneller als ich. Oh, da wurde ich angeschoben. Oder? What the fuck? Okay. Ja, das tut mir leid. Ich hatte leider... Ja, ich bin raus, komm! Ja, vielen Dank. Ja, ich weiß. Am Start sind irgendwie alle schneller als ich. Also... Oh, da wurde ich angeschoben. Oder? Oh, Peter, zweier! Ja, genau. Jay und Fatal hier wieder am Puscheln. Ich gucke das an, wie der wegziehen kann. Ja. Seinen besseren Wagen. Da kommt wieder. Da zieht er richtig wieder an. Das war schnell. Okay! Das war aber... Das war richtig nach Absicht aus. Das war... Als wenn er so einfach so zack, einfach so links rüber gesetzt. Okay! Das war mein Frontflügel. Wer selbst von Perez überholt. Oh mein Gott. Oh shit! Gelb! Weder? Weder. Mich hat's erwischt! Mich hat's erwischt! Oh nein! Komm, brennt's doch! Bitte! Ja, du, da musstest du die Taste drücken. Keine Sprache. Steuerung! Ich hab's sogar gedrückt und gehalten und gespäht. Und geredet! Wofür das? Peter! Okay, lastens. Aber GZ an Christian. Ach, wer ist denn die GZ-Klickbunden? Nice. Zwischen den Millionen an Abos von euch. Oh Jay, warum bist du so lahm? Also, kannst du natürlich nicht hören. Warum ich so lahm bin, das weiß ich auch nicht. Weil ich einfach kein guter Starter bin. Jetzt, ich werd sowas von abgeräumt. Ich glaub, es endet für mich. Ich werd von hinten geschoben. Oh, da gab's aber einige Berührungen. Oh! Oh, da fliegt was weg. Ich glaub Christian ist bei dir eingefahren. Ich bin ja aber nicht sicher, was da passiert. Ja, ich wollte innen rein, weil Claire auch wieder nach außen gezogen ist. Die CPU haben halt hier gefühlt keinen Spielraum. Also, die fahren einfach ihr Ding. Das ist ja auch okay. So sieht's auch echt schön aus. Ich kämpfe gegen Raikön, ey. Gute Chemie. Ja, da hättest du wohl gerne, dass du hier vorbeikommst, mein Freund. Ja, pass auf, die packen gerne mal die Brechstamme aus. Ja, pfff. Oh je. Kann ich auch. Der erklärt dir den Kling. Der Breakfast, ey. Jey! Die schnellsten Runde hier. Mein rechtes Auge tränt, weil ich mich nicht trau zu zwinkern. Blinzel doch. Meine ich ja. Für Assi, ey. Du bist so ein Assi. Aber so schnell auch immer in solchen Sachen. Vielleicht bin ich schon so voll in der Mitte drin. Das wär nicht gut, aber die... Oh Gott! Jo, Jay, was geht's denn? Hallo, Peter! Macht schon ein bisschen Spaß grad, Peter zu triggern. 8 oder 10 ist jetzt auch nicht so. Du fährst ja richtig, ich komm ja gar nicht an dir verloren. Naja, jetzt müsst ihr keine Sorgen mehr machen, Seb. Ich hab noch mal eine zweite Scharbe gekriegt. Kann die Kurven, die ich nicht seh, nicht einschätzen. Also die letzte... Die letzte Rechtskurve. Und die Linkskurve. Langsamer als ich... Also noch langsamer als ich dachte. Damit doch häufiger, dass jemand anders noch langsamer fährt. Also, Sepp, alles gut. Ja, hast ja viel Zeit. Ja, ich würd mich gern mit dir battlen. Ja, aber muss ich gar nicht eingehen. Ich würd's mich überholen, plus 6 Sekunden. Wir halten die Rundenzeiten im Auge. Das wird die Mercedes machen. Schönes Duell. Ja, das macht Spaß. Jetzt hast du DRS, ne? Hm. Schönes Duell. Komm diese Runde an die Box. Denk an das Tempo-Limit. Alter! Manch Verstappen! Lass es! Ich hab mich... Wieso kommt denn jetzt die gelbe Flagge? Oh, Dadosch! Boah! Ja, ich hab mich gedreht hier. Drede Flagge! Es ist mein erster Sieg! Jawoll! Glückwunsch, Sepp! Glückwunsch, Sepp! Und da bin ich auch drin. Dankeschön! Glückwunsch, Dalu! Und am Ende noch mal meine schnellste Runde gefahren. Richtig gut gefahren auch. Die Kinder ist auch sofort da. Top 3 durch Spieler. Yay! Voll gut! Ja, ich hatte zwar keine Pace, aber wenigstens keine Kollision. Wenn ich sie nicht aufhalte. Greifen sind ja irre. Oh Gott! Alter, das ist nicht mein... Ernst, Mann! Moment, ich starte von Powell. Nice, Dalu. Richtig stark. Ja, wer hat denn Gefühle heute bei uns? Was hat war das denn gerade? Jay ist ein Becher, glaube ich. Fühle sich für Pussys! Hat er kurz geglaubt, Jay lübt mich nicht ab. Was soll ich erwarten? Ich warten alle, bis du losfährst. Der da kann ich nicht fahren. Ach du Scheiße. Wieso überholt der denn hier links? Welcher verrückte Verstappen! Alter, der will aber voll! Alle hauen mich weg von hinten! Nice! Ja, ohne Scheiß, Verstappen will aber richtig rein! Dadurch bin ich nicht reingedrückt worden, Christian. Oh nein, ich bin weg! Oh, da hat sich jemand gedreht! Und das war's mit meinem Frontflügel! Oh Gott, alle, alle stehen hier! Der da hat sich gedreht, glaube ich. Nein! Alle stehen hier, gelbe Flagge! Dalu hat er doch gesagt! Moment, ich hab mich nur gedreht! Ich hab keinen gerammt! Ich weiß nicht, wie man im Nassen sicher überholt. Ich weiß ja, höchstens einigermaßen im Trott. Reinstechen, durchrutschen und dann... Und das war der Frontflügel! Und das war der Frontflügel! Und das war der Frontflügel! Oh shit, Leute! Ich stand zu lang! Ich hab die schwarze Flagge gekriegt! Oh nein! Komm rum! Komm rum! Komm rum! Ich bin in der Box! Mein Auto liegt auf der Straße! Ich bin in der Box! Also gelbe Flagge hab ich hier schonmal! Mal gucken, wo Christian mein Auto sieht! Oh lol, du stehst direkt in der Kurve! Ja, und ich bin in der Box! Oh what! Ich bin in der Box! Oh what! Oh ja! Okay, wir gehen doch besser! Nehm ich! Ich doch nicht! Alter, die geben sich da einfach nichts dabei! Christian, guck jetzt was er mir sagt! Nee, er gibt mir richtig Gas, ey! Christian, wer ist dein schärfster Herausforderer? Verstappen, Declere und Vettel! Um Vettel hab ich mich gekümmert! Verstappen ist einfach nichts direktes! Vettel ist auch raus! Ja, Verstappen ist aktuell hinter mir! Ich hab das Windschatten, was wir da sehen! Und einen USB hab ich auch gesehen! Wow! Du wolltest nicht, dass ich die RS kriege? Moment, war das jetzt Absicht oder nicht? Ich wollte die Kurve vernünftig nehmen! Nein! Alter! Die ZZ? Boah! Guter Tag für dich! Guter Tag für mich! Und da hat er ihn fast! Gute Strecken! Die mag ich! Oh mein Gott! Oh! Alter Vater, ey! Damit ist Christian der Sieger von dem... Mit 1,38! Von der Mini-Season! Von der Mini-Season! Gehtsett, Christian! Gehtsett! An dem Moment! Du hast ja mit Christian die schnellste Runde gefahren! Christian! Sogar noch 95 Punkte! Ja! Danke Fans! Dann Sepp ist Fünfter mit 64 Punkten! Ich bin Sechster mit 45! Peter ist Sepp da mit 37! Und Dalu bleibt bei 34! Ha! Dalu überholt! Woop! 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 Ich hab keine Ahnung, ob da jetzt noch irgendwie Paris mit dabei ist oder sowas! Oder ein Stroll, weil die hab ich nicht ausgerechnet! Ja! Aber das war unsere kleine Mini-Season hier von F1! Dankeschön an die Gäste! Dalu und Dados! Yay! Tschüss! Tschüss! Sympathische Gruppe! Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.